Schädlinge müssen draußen bleiben. Wir bieten unseren Kunden fachliche Kompetenz seit über 50 Jahren. Unsere drei versierten Schädlingsbekämpferinnen kümmern sich um gewerbliche Lebensmittelbereiche und private Haushalte. Wir leisten außerdem Taubenabwehr, Gesundheits- und Vorratsschutz und Monitoring nach HA-CCP. Gerne beraten wir Sie telefonisch und betreuen Sie ganz persönlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017